Hallo zusammen und herzlich willkommen bei tropisch gesund, eurem Kanal für ein tropisch gesundes Leben. Auf diesem Kanal möchten wir euch in die gesunde Welt der tropischen Lebensmittel entführen und euch mit unseren Tipps helfen, auf tropische und natürliche Weise gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. In unseren Videos erhaltet ihr wertvolle Informationen und hilfreiche Tipps aus den folgenden Bereichen. Tropisches Obst, Gemüse und Früchte, die ihr sicherlich schon einmal im Obstregal eures Lebensmittelhändlers gesehen habt, allerdings nie so wirklich wusstet, was diese Exoten so alles können. Tropische Heilpflanzen, Heilkräuter und Gewürze, die euch helfen, Gesundheitsprobleme zu lindern oder auch ganz zu beseitigen. Auf tropisch gesund erhaltet ihr wertvolle Tipps für ein tropisch gesundes und natürliches Leben ohne chemische Zusatzstoffe. Und auch der Bereich der tropisch gesunden Gerichte, Rezepte, Smoothies, Drinks und Tees, kommt bei uns nicht zu kurz und wird euch dabei unterstützen, ein gesünderes Leben zu führen. Es gibt nichts Wichtigeres als unsere Gesundheit. Euch viel Spaß auf tropisch gesund. Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert einfach unseren Kanal und erhaltet immer die neuesten Videos von tropisch gesund. Wir freuen uns auf euch und bitte bleibt alle tropisch gesund! knob Untertitelung des ZDF, 2020